Na alle zusammen, hier ist wieder Heutella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asterdott unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, das wir aus einer Paragon Kiste bekommen, und zwar aus der von der siebten Legion, beziehungsweise von den altgebundenen. Heißt, man kann es sowohl auf der Horden-Seite als auch auf der Allianz-Seite erspielen. Und zwar, wie funktioniert das mit den Paragon Kisten? Ihr müsst auf eurer Fraktion, quasi altgebundenen oder siebten Legion, erstmal einen Ruf erspielen, also einen ehrfürchtigen Ruf, maximale Stufe quasi, und dann nochmal 10.000 extra Rufpunkte erspielen. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr eine Kiste erhalten, und zwar Vorräte der siebten Legion oder dementsprechend der altgebundenen auf der Horden-Seite. Und in dieser Kiste kann zu einer gewissen Chance hier dieses Banner drin sein. Ich hatte es glaube ich nach der dritten Kiste in etwa, also die Chance ist nicht ganz so schlecht. Aber ein paar Mal müsst ihr den Ruf schon hochfarmen. Außer ihr seid natürlich extrem lucky und kriegt es auf den ersten Try. Gut, genau, ich habe dann hier dementsprechend einmal das Toil gelootet, und jetzt wollen wir uns das mal angucken. Wir können nämlich, wenn wir das einsetzen, rammen wir quasi einen Kriegsbanner in den Boden und versammeln in der Nähe befindliche Truppen. Keine Ahnung, hier sind jetzt ein paar Truppen, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Machen wir das mal. Wir rammen das Banner rein, die Truppen scheinen davon nicht wirklich beeindruckt zu sein. Man jubelt ein bisschen. Wahrscheinlich kriegt man nur Verbündete dazu, einmal hier zu jubeln. Mehr macht es anscheinend nicht. Ihr habt gerade gesehen, es ist eine Allianz-Flagge. Bei der Horde ist dann dementsprechend einfach eine Horden-Flagge. Mehr ist es nicht. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal da ein bisschen dazu, wo ihr den Ruf am besten herkriegt. Klar, die erste und beste Rufquelle sind diese Emissary-Bags, die wir hier spielen können. Da kriegt ihr ja, wenn ihr jetzt siebte Legion oder auf der Horde der Eid gebundenen habt, erstmal 1500 Ruf. Die zweite Rufquelle ist die Weekly, die wir quasi bekommen über die Inseln, wo wir 36.000 Ruf haben müssen. Da gibt es glaube ich auch 1500 Ruf nochmal drauf. Dann haben wir die normalen Worldquests, davon würde ich aber abraten, die zu spammen, um das Zeug zu farmen. Gut sind hier quasi noch die Übergriffe, also diese Invasionen. Da gibt es relativ viel Ruf, die solltet ihr am besten mitnehmen. Und natürlich die War-Campaign, falls ihr die noch nicht gespielt haben solltet. Da wurde der Ruf nämlich extrem erhöht und da bekommt ihr auch relativ viel Ruf. Sprich, die Rufaktionen, siebte Legion und Eid gebunden sind eigentlich die, wo ihr die Emissary-Bags am allerschnellsten bekommt. Und die Flagge sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Da sind andere Toys, die bei den Paragon-Kisten wesentlich länger dauern. Ich schiele da so ein bisschen zu den Tortolanen unter anderem rum, weil man da relativ wenig machen kann. Ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich es so ein bisschen aufklären. Ja, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.